Das Bild L'Enlèvement Verso stammt vom französischen Maler Jean Cris. Dieser lebte von 1887 bis 1927. Das hier zu sehende Bild ist, wie der Titel schon sagt, die Rückseite eines anderen Bildes. Dies wird durch den Zusatz Verso ausgedrückt. Es ist die Rückseite einer Karikatur für das französische Magazin Les Temois, welches am 31. August 1908 veröffentlicht wurde. Gemalt ist dieses Bild mit Gouache und Kohle auf Papier und hat die Maße 39,5 x 32 cm, was etwas größer war als die Zeitschrift, für die die Vorderseite eigentlich gemalt wurde. Das Magazin hatte die Maße 35 x 30 cm. Zu den Linien kann man in diesem Bild sagen, dass es komplett aus kleinen einzelnen Strichen besteht. Dies sieht man an der linken sitzenden Frau, da ihre Konturen und Formen alle aus dünnen und locker aus der Hand gezeichneten Linien zusammengesetzt sind. Dadurch mutet das Bild fast wie eine Skizze an. Auch lassen sich auf der rechten Seite und über der Frau sehr viele Linien finden. Das sind zum Großteil einfache, mit Kohle gezogene Striche. Sie wirken ebenfalls wie die Vorzeichnung für etwas, jedoch ergeben sie keine bestimmten Formen. Auch die Einteilung der oberen Bildhälfte sowie die einfache und skizzenhafte Zeichnung des Stuhls und des Tisches erinnern eher an die Vorzeichnung für ein späteres Bild. Im Bild sieht man im Ganzen auf der linken Seite eine Frau. Sie reicht ca. bis zu zwei Drittel der Gesamthöhe des Bildes und bis zur Hälfte der Breite. Sie trägt einen großen Hut und ist mit ihrem linken Arm auf der Lehne eines Stuhls aufgelehnt. Den rechten Arm hält sie unter dem vor ihr befindlichen kleinen Kaffeetisch vor ihrem Bauch und greift mit der rechten die linke Hand. Außer dem Hut trägt sie ein eng geschnittenes weißes Kleid. Das Gesicht der Frau ist ebenfalls wie der Rest nur skizzenhaft dargestellt, da ihre Gesichtszüge nicht richtig ausgearbeitet sind und die Augen zum Beispiel nur aus großen schwarzen Ovalen bestehen. Auf der rechten Seite sind viele Ansätze für ein Bild zu sehen mit locker aus der Hand gezeichneten Formen. Wie ich später denn selber auch erfuhr, ist dies auch wirklich eine Skizze und Vorzeichnung zu einem anderen Bild und um die Platzierung einer Person im Raum auszutesten. Dies kann man gut an dem kleinen Kaffeetisch vor der Frau sehen, da er eindeutig nach dem Zeichnen der Frau hinzugefügt wurde, um den Raum zu füllen. Ein weiteres Indiz ist die große Ähnlichkeit mit den Frauen auf der Vorderseite des Bildes. Sie tragen ebenfalls große, auffällige Hüte und relativ enge Kleider. Eine Erfahrung... mới an...